Hallo zusammen, Aizoke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, Varedis muss aufgehalten werden, anzunehmen bei Lavisa Sonnenheep, im Schattenmondal, an dieser Position. Wenn ihr zu den Sehern gehört, seid ihr alldorf, gibt es auch davon ein Video auf YouTube von mir. Vorquest war wirklich zu den Sehern. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber ruhig auch helfen in Betsy Classic. Es sei denn, ihr habt vor, so wie ich hier, die Quest alleine zu machen. Das wird nicht klappen. Ich nehme die Quest auf mit einem Charakter, der schon Stufe 50 ist, in Vowé Retail. Das entspricht der Höchststufe von Battle for Azeroth, also das Addon for Shadowlands. Und somit habe ich keine Probleme, mich hier durchzukämpfen. Also, jetzt geht es hier erstmal hoch. Wie gesagt, alleine wird es nicht gehen, allerdings nicht wegen diesen Mobs, sondern wegen den gesuchten Mobs. Deshalb ist die Quest auch eine 5-Werb-Gruppen-Quest. Also im Optimalfall, seid ihr Heilab, Tank und 3 DDs. Bei dieser Quest muss man 4 Mobs töten. Der Netawel befindet sich in diesem Gebiet, der patrouilliert hier ab und zu. Aktuell steht er hier. Und es fängt schon an, dass man hier diese Bitch-Tiller ein bisschen wegräumen muss. Zumindest in BC Classic, WoW Retail ist es egal. Und den darf man töten. Also, in diesem Gebiet, der hübsche Netawel. Ich küsse ihn einfach um. Looten muss man ihn nicht für die Quest. Und ihr seht, hier werden auch Mobs, die zu nahe sind. So, Netawel abgehakt. Weiter geht es zum nächsten. Ich fliege immer die Wege entlang, die man auch ohne Fliegen erreichen kann, beziehungsweise bestreiten kann, oder wie auch immer. An dieser Position ist der noch hübschere Terras. Umhauen. Abgehakt. Und ihr seht schon bei der Quest, wir haben ein Quest-Data mitbekommen. Was man damit macht, sage ich euch gleich. Leider kann ich es euch nicht zeigen, denn ich werde den Mob einfach umhauen, ohne dass er die Fähigkeit benutzt, wofür das Quest-Item gedacht ist. An dieser Stelle ist der Alandien oder die Alandien. Okay, es ist eine Die. Ist mir nie aufgefallen. Umhauen. Hilft ja nichts. Aber ich glaube, die anderen zwei waren männlich. Bin mir aber nicht sicher. Weiter geht's. Und nun darf man hier hinein. Hier ist der Favetwiss. Für diesen Mob ist das Quest-Item gedacht. Sollte es für euch nicht an der Quest mit angeheftet sein, schaut ins Inventar. Äh, ja, ihr seht, wie es dazu geht. Ups. Äh, benutzen, weil es die Seiten aus diesem Buch während Paredis die Fähigkeit Metamorphose einsetzt, um ihn seiner Macht zu berauben. Das heißt, während ihr ihn BC Classic auf ihn draufhaut, ihr werdet ihn ja nicht so schnell töten wie ich. Setzt er seine Fähigkeit Metamorphose ein und dann darf jemand aus der Gruppe dieses Quest-Item auf ihn benutzen. Ich habe leider keine Skills, die wenig Schaden machen, werde ihn also ganz schnell umhauen. Fett mache ich mal auf Passiv. Mh, ja, bei mir setzt er die Fähigkeit nicht ein. Ich hoffe dennoch, dass euch mein Video hilft. Und außerdem wäre es jetzt noch cool und Wortfindungsprobleme, wenn ihr das Video nicht gleich wegklickt, sondern zu Ende laufen lasst, das würde meinem Kanal sehr helfen. Ach, ich bin falsch geflogen, hier wäre es auch okay, egal. Genau, Video zu Ende laufen lassen, hilft meinem Kanal. Hoffe, das könnt ihr mir. Ich versuche, euch auch mit möglichst vielen Videos zu helfen und möglichst gemütlich, gechillt, erklärt, ohne Stress, mit den ganzen Wegen und so weiter. Mh, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Daher der Hinweis, ich bin auch auf Facebook unterwegs, Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Auf der Seite poste ich die Software, was ich gerade aufnehme, was als nächstes ansteht. Könnt die Seite auch liken, abonnieren, wie auch immer. Die dient aber nur dazu, euch ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. So, da bin ich auch schon. Quest ist abzugeben bei LaVisa Sonnenheap im Schattenmuntal an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Außerdem findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zu einem Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns mal live. Eizocke Ende